Die Landung der Mars-Sonde Curiosity hat Jubel bei den Beamten der NASA ausgelöst. Die ersten Bilder, die dieser Mars-Roboter auf die Erde sendet, zeigen eine Wüstenlandschaft des Mars-Kraters Gale. Mich fasziniert, dass es Menschen möglich ist, einen Planeten, der über 570 Millionen Kilometer entfernt ist, wissenschaftlich zu erforschen. Wird der Mars-Roboter Spuren vergangenen Lebens finden? Ich glaube wohl kaum. Wenn ich die öde Mars-Landschaft sehe, dann kann ich nur staunen über das, was auf unserem Planeten Erde ist. Das Wasser, die Luft, die Pflanzen, die Tiere. Und vor allem bewundere ich, dass es den Menschen gibt. Und es gefällt mir, dass der Mensch sogar seinen Blick noch einmal hinausrichten kann über das, was er anfassen kann, was er sehen kann, was er naturwissenschaftlich erforschen kann. Ich staune und ich juble, dass wir Menschen Hoffnung auf ein Leben ohne Ende haben. Ich glaube an dieses Leben. Es ist ein Leben in Gemeinschaft mit Gott. Und ich vertraue, dass Jesus mir dieses Leben schenken kann. Er sagt, wer mich ist, das heißt, wer innerlich, spirituell mit mir verbunden ist, der wird leben in Ewigkeit. Doch das ist schön mit ihm nicht mehr.